Musik Bisher war die kleine Kunst eine Live-Veranstaltung im PZ, bei der Schülerinnen und Schüler ihre Talente vor Publikum zeigen konnten. Leider sind solche Veranstaltungen momentan nicht möglich, weswegen wir uns mit Frau Schulke ein neues Format ausgedacht haben. Die kleine Kunst, at home, als YouTube-Livestream. Den könnt ihr euch bequem alleine oder mit eurer Familie von zu Hause aus anschauen. Also seid dabei und schaut den Livestream am 19.03. um 19 Uhr auf unserem YouTube-Kanal GB Interaktiv.